Was hat er denn vor? Sir, wollen Sie, dass wir ihn abfangen? Lassen Sie ihn. Der Idiot hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Wurde noch Zeit, Lieutenant. Wir werden in Kürze startbereit sein. Ihr Major ist eben desertiert, hat die Waffenkammer geplündert und ist auf dem Rückweg zur Insel. Kloffert will er wieder raus? Sie müssen den Stahl verschieben. Er wollte es so, Lieutenant. Ich klieg Sie an, denken Sie nach, das Risiko ist zu groß. Was ist, wenn Sie genau das wollen? Was ist, wenn wir ihm in die Hände spielen? Wenn, 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 dafür habe ich keine Zeit, Doktor. Das Pentagon hat einen Atomschlag autorisiert. Ich habe meine Befehle. Constitution Command ist Maraudaban. Dann das Ziel erpasst. Neon-Sketische Reichweite. Verstanden, Maraudaban. Moment, wir sind soweit, Sir. Was, wenn Sie sich irren, Admiral? Können Sie mit den Konsequenzen leben? Setzen Sie den Angriff fort. Aye, aye, Sir. Maraudaban, hier Constitution Command. Sie haben grünes Licht. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Over. Ich verfreue an dich nicht. Sie, ich und der Rest des Planeten. Ich verbreue an die Hände. Die Hände ist nicht mehr. Die Schwerhund, sie wird größer! Ich fürchte, wir haben sie gestärkt. So, mehrere Kontakte in Ihren Sicht. Acht, zehn, zwölf! Die Schwerhund, sie wird größer! Die Schwerhund, sie wird größer! Los!